Tag auch. In diesem Video wollen wir nach vorne schauen, wo es mit Übertage hingeht. Ganz passend zum Jahresbeginn, der 01.01.2023. Zwei Jahre Übertage bedeutet auch dieses Datum. Und wir wollen heute in diesem Video schauen, wohin wird sich Übertage entwickeln, wie geht es weiter. Und zum Schluss wollen wir auch noch Ausblick geben auf zwei weitere Projekte, die uns sehr am Herzen liegen, welche wir bewerben wollen und euch ans Herz legen wollen. Zuerst die große Nachricht vorweg. In unserem Kerngeschäft, dem Podcast, wird sich ein bisschen etwas ändern. Es sind jetzt zwei Jahre, das heißt 91 Folgen, noch im Dezember diesen Jahres fertig gedreht. Und für viele von euch ist wahrscheinlich der Podcast schon ein fester Bestandteil für eigentlich fast jeden Sonntag des Jahres geworden. Und ihr habt euch schon darauf eingestellt. Wir wissen ja auch, dass manche von euch wirklich immer bis 0 Uhr genau warten am Samstag, um direkt als Ersten dann die Folge hören zu können. Das Ganze ist jetzt vorbei. Aber keine Sorge, das ist nicht so, wie ihr euch das jetzt denkt, sondern wir werden ab jetzt jeden zweiten Sonntag, also zweimal im Monat, eine neue Podcast-Folge veröffentlichen. Ihr fragt euch sicher, wie gesagt, ihr habt euch schon daran gewöhnt, warum. Es lief doch eigentlich. Direkt kurz gesagt, wir wollen mehr Qualität für den Podcast. Wir wollen eine bessere Vorbereitung, wir wollen eine bessere Themenauswahl, wir wollen auch endlich mal größere Projekte mit Gästen angehen, was bislang einfach in dem alltäglichen Tunus ein bisschen untergegangen ist. Und für das Ganze brauchen wir einfach mehr Zeit. Eine gute Vorbereitung, der Schnitt, all das, was ihr jetzt nicht direkt in den Folgen mitbekommt, nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Und das ist genau die Zeit, die wir brauchen, um eben uns in die Themen einzuarbeiten, sie wirklich mal länger auszusuchen und die ganze Planung für die Folgen dann auch realisieren zu können. Und gleichzeitig wollen wir auch, dass ihr merkt, dass wir richtig Bock auf die ausgewählten Themen haben. Ihr alle habt sicherlich bestimmt schon mal einen Unterschied zwischen den Folgen, die wir so gemacht haben, festgestellt. Ihr merkt einfach, ist das jetzt eine Folge, wo einfach nur ein bisschen die Notwendigkeit erfüllt werden musste, wo es einfach einen turnusmäßigen Zeitplan gab und wir mussten für die Woche uns irgendwas raussuchen. Oder ist das wirklich eine Folge, wo wir Zeit in die Vorbereitung gesteckt haben, wo wir das mal richtig aufgearbeitet haben, wo wir auch richtig Lust an dem ganzen Thema haben, wo wir auch schon vorher schon Diskussionen drüber geführt haben. Das merkt man einfach. Und wir sind uns natürlich bewusst, dass so ein politisches Projekt wie über Tage notwendig ist. Und notwendige politische Arbeit, die muss nicht immer Spaß machen, die wird auch nicht immer Spaß machen. Aber was wir wirklich glauben, ist, dass es notwendig für über Tage ist, dass uns das Ganze Spaß macht und dass wir damit auch den Auftrag, den wir uns gesetzt haben mit diesem Projekt, erfüllen können. Und für uns bedeutet das also alles einfach mehr Zeit, mehr Kraft, mehr Muße, auch wirklich euch die Qualität bieten zu können, die wir geben wollen und dabei auch die Leidenschaft für das Ganze zu behalten, die wir einfach als notwendig und als integral für dieses Projekt ansehen. Und deswegen würde ich sagen, trauert nicht um die eine Folge, die es weniger dann gibt oder die zwei Folgen pro Monat, sondern freut euch einfach darauf, in diesen zwei Folgen statt den vier dann das konzentriert zu sehen, was ihr euch eigentlich für diese anderen Folgen gewünscht hättet. Das sind aber nicht die einzigsten Veränderungen, die wir im Bereich des Podcast-Kerngeschäftes von uns erleben werden, sondern was auch eine zentrale Veränderung sein wird, ist, dass wir von Soundcloud, wo wir früher unsere Podcasts gehostet haben, zu Encore wechseln werden. Die Fraktion des Chaos-Computer-Clubs und der MetaMost-Fediverse-Anhänger wird jetzt vielleicht schon in die Höhe schreien, hey, das ist doch der größte Anbieter auf dem Markt, was wollt ihr denn da, das ist dann doch, Soundcloud ist zumindest noch irgendwas dazwischen oder so. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass uns das ganz viele verschiedene Vorteile für unser Projekt einfach bietet. Und wir haben uns deswegen dazu entschlossen, dorthin zu wechseln, weil wir auf der einen Seite können wir auf Spotify dann auch Videos hochladen. Das bedeutet, es wird teilweise vielleicht jetzt weniger Audios geben, die wir wöchentlich hochladen, aber es wird immer mal wieder auch schicke Videos geben, die man sich auch gut als Audio anhören kann. Viele von euch haben ab und zu mal gesagt, ey, so ein Livestream, wie jetzt zu Halloween oder so, das wäre auch voll cool, das auf Spotify zu sehen. Wir fanden bisher immer, wenn da kein Video dabei ist, dann ist das auch nicht so toll, wenn man manches dann auch nicht mitbekommt. Und wenn wir jetzt dann auch auf Spotify Videos hochladen können, werden wir auch das ab und zu mal hochladen und dann natürlich eine tolle Ergänzung haben. Es kostet für uns tatsächlich weniger Geld, weil dieser Anbieter ist halt kostenlos tatsächlich. Die haben eine andere Marktstrategie, leben dann eben davon, dass sie möglichst viele Leute zu sich ziehen und so weiter. Und wir können dadurch natürlich auch Geld anders investieren wieder in das Projekt. Und es wird auch eine Kommentarfunktion zukünftig zum Beispiel bei Spotify geben, wo ihr dann auch direkt darüber sprechen könnt, was ihr bei Spotify hört. Und noch viele andere Dinge, wie dass man zum Beispiel wir deutlich bessere Möglichkeiten haben, das anzupassen, was bei Spotify angezeigt wird. Wir sind seit Ewigkeiten immer noch von dem Algorithmus in eine Kategorie gespült worden, wo wir vielleicht auch stattfinden, also in dem Bereich Unterhaltung und so weiter und so fort. Aber wo wir natürlich nicht nur stattfinden und wo wir vor allen Dingen nicht vor allen Dingen stattfinden, also wir sind tatsächlich nicht in einer Politik-Kategorie drin, sondern in irgendwas. Und die ihr euch damit auseinandersetzt, wisst ihr auch, dass das wichtig ist, um auch vielleicht mal mehr Leute damit erreichen zu können. Und ja, das sind so eben unter anderem die Gründe, die uns dazu bewegen, dahin zu wechseln. Für euch, die ihr uns bei Soundcloud hört, ist es dann so, dass noch bis Mitte Februar 2023 wir ganz normal auch unsere Folgen dort hochladen werden. Dann läuft unser Abonnement dort aus und dann werden nur noch einzelne Folgen über Soundcloud hochgeladen. Also Soundcloud wird dann langsam auslaufen und unser Fokus verschiebt sich einfach anders. Aber das Gute ist ja, dass ihr über die glorreiche Erfindung des RSS-Feeds unserem Podcast sowieso überall hören könnt und auch auf unkommerziellen Open-Source-Plattformen euch einfach den RSS-Feed einbinden könnt und dann seid ihr ganz unabhängig auch von Spotify und Co. Ja, und Fokus verschieben ist sicherlich auch ein Stichwort, was bei vielen von euch jetzt schon im Kopf herumschwirrt, als wir gesagt haben, oh, nur noch zweimal im Monat Podcast. Ein bisschen ist da natürlich auch was dran. Über Tage ist ein Medienprojekt geworden. Wir machen nicht nur noch den Podcast, sondern wir machen inzwischen vieles andere auch. Und mit dem, was wir noch darum herum aufgebaut haben, was wir sonst noch so machen, sind wir auch sehr zufrieden. Wir wollen das weiterhin ausbauen. Das heißt natürlich nicht, dass wir den Podcast jetzt irgendwie geringschätzen, sondern wie ihr seht, wir wollen ja mehr Qualität dafür haben. Aber natürlich ist auch die Zeit, die durch die Einsparungen bei weniger monatlichen Folgen aufkommt, natürlich auch was, was wir gleichzeitig in die Livestreams investieren wollen. Die Streams werden ganz normal weiterlaufen. Wir werden weiterhin jeden Mittwoch, das heißt jede Woche um 20 Uhr auf Twitch und YouTube streamen. Aber natürlich ist es auch so, dass es da eine gewisse Veränderung geben wird, weil sonst haben wir die Streams ja primär genutzt, um über die letzte Folge zu reden. Und da werdet ihr auch gemerkt haben, das läuft nun mal von Folge zu Folge unterschiedlich gut. Deswegen haben wir uns auch da einige Neuerungen fürs neue Jahr überlegt. Wir werden die Streams generell deutlich ausbauen. Wir werden länger streamen als bis jetzt. Jetzt haben wir ja auch häufig das einfach nur als Beiwerk betrachtet, nach einer Stunde aufgehört. Wir haben jetzt Geld in die Hand genommen. Wir werden es jetzt, wie ihr auch schon zuletzt gesehen habt, möglich haben, jetzt die Gäste aus Gastfolgen in den Stream reinzuholen. Und wir haben uns auch unterschiedliche Kategorien überlegt. Das heißt, wir werden beispielsweise jetzt auch mal sowas wie eine Debatte machen mit unterschiedlichen linken Personen oder ein Crossover, wo wir diskutieren. Wir haben jetzt auch eine Reaktionskategorie fest in unsere Streams eingebaut. Das ist dann immer das Video der Woche. Übrigens nur kurz schon mal gesagt, ihr könnt ab jetzt auch schon Videos und Clips einsenden, wo wir live im Stream drauf reagieren werden. Aber wir wollen natürlich auch nicht alles verraten, weil so ein paar kleinere Sachen haben wir uns da auch noch überlegt. Und generell diese ganzen Veränderungen, die ich auch jetzt anspreche, werdet ihr dann über den Monat Januar jetzt auch immer und immer mehr in unseren Streams sehen. Generell muss man auch nochmal sagen, so ein neues Konzept verdient natürlich auch einen neuen Namen. Und in der besten Über-Tage-Tradition mit möglichst vielen Übers, die wir in Folgentiteln, Namen etc. anbringen, heißt unser Stream ab jetzt überdeutlich. Der anarchistische Livestream. Es ist immer der anarchistische. Und die Streams nach der regulären Folge, also jeder zweite Stream im Monat, wird natürlich weiterhin den Raum bieten, wie bereits bekannt, um über die letzte Folge zu diskutieren. Und den anderen Stream werden wir dann immer dafür nutzen, um das dann einfach mit unterschiedlichsten Formaten, die wir gerade schon angesprochen haben, dann zu füllen. Da werden wir immer schön variieren und das Ganze auch für uns spaßig und für euch spannend halten. Aber natürlich auch andere Sachen, die wir jetzt schon in diesem Jahr ausprobiert haben, wollen wir wirklich beibehalten und etablieren. Wir wollen mehr Stream-Specials machen, wo ihr direkt mit uns interagieren könnt. Beispielsweise so etwas, wie wir uns jetzt für den Dezember überlegt hatten als Jahresabschluss mit Über-Tage-All-Stars, wo nochmal alle Gäste reinkommen. So etwas wollen wir beibehalten. So etwas wollen wir jedes Jahr, wenn möglich, machen. Wir wollen den Halloween-Stream, wir wollen verschiedene kleinere Sachen wie Produkttests, Rankings oder ähnliches beibehalten und uns da auch wirklich kreativ dann immer weiter ausleben. Zum Schluss seid aber natürlich beim Thema Livestream auch noch ihr gefragt. Um in HD-Stream zu können, werden wir nochmal eine Stange Geld in die Hand nehmen müssen. Deutlich mehr, als wir jetzt durch die Einspannnisse bei Soundcloud dann ausgleichen können. Und um wirklich dann uns beide, das ist natürlich sicherlich ein großes Anliegen, endlich in HD sehen zu können, seid ihr jetzt nochmal gefragt. Eure Unterstützung, damit ihr uns auch gestochen scharf sehen könnt. Der nächste Bereich ist Instagram. Sicherlich die Plattform, wo wir am meisten Menschen drüber reichen, neben Spotify tatsächlich. Und Instagram ist so eine Sache, weil wir wirklich schon auch viel Energie da rein investiert haben und ein bisschen immer wieder so am Stagnieren sind dort. Es ist natürlich immer so, dass man zwischendurch auch wirklich große Anzahl an Menschen erreicht und das auch wirklich sehr viel bringt für uns, um unsere Folgen, unsere Sachen, die wir so machen, zu bewerben. Und auch natürlich, um auch uns ein besseres Gesicht für euch zu geben, was nochmal eine tolle Ergänzung zu dem ist, was wir sonst machen. Aber wir haben auch jetzt schon angefangen, das ein bisschen zu verändern vom Konzept her. Ja, weniger komische Trash-Beiträge, wie wir es sonst hatten, sondern wir werden uns Mühe geben, dann deutlich weniger Beiträge dafür qualitativere und auch eben dieses Kernprogramm von Instagram zu bedienen. Mit tollen Fotostorys über das, was wir so machen, über unsere Reisen, über unsere Erlebnisse, um das so ein bisschen auszufüllen mehr. Und natürlich werden wir allgemein auch gucken, dass wir eine höhere Qualität versuchen zu erzielen bei den Beiträgen, höhere Form von Wiedererkennbarkeit in den Beiträgen, was die grafische Darstellung angeht. Und zum Schluss werden wir, und das ist auch generell für alle Bereiche gedacht, Shorts produzieren. Und Shorts ist auch ein gutes Stichwort, weil das ist natürlich auch eine Sache, die in den generellen Videobereich wieder reingeht, auch YouTube und TikTok und so weiter. Dort werden wir auch uns Mühe geben, das, was wir immer mal so halbgar gemacht haben, konsequenter durchzuziehen, mehr Kurzvideos zu produzieren, weil das ist wirklich ein ganz, ganz zentraler Punkt geworden, um Reichweite zu erzielen. Also tatsächlich, letztens in der Statistik gesehen auf YouTube, dass irgendwie 50% der Nutzer, in die YouTube nutzen, sich ein Kurzvideo vorher erst angucken, was auf das lange Video verweist. Voll krass und das ist einfach dann total wichtig, da ja auch diese Werbefläche für unsere Inhalte nutzen zu können. Und generell werden wir natürlich auch weiter Videos produzieren, das haben wir auch schon angeschnitten. Wir werden aber auch über diese Livestream-Geschichte hinaus noch Videos immer mal wieder droppen, die wir so aufnehmen. Es wird natürlich auch weitere Vlogs geben und es wird natürlich auch Reactions geben und andere Formate, wo wir uns dann ein bisschen mehr Mühe geben oder wo wir nochmal zusätzlich was produzieren zu unseren ganzen Live- und Podcastsessions und so weiter und so fort. Da seid ihr also auch immer versorgt nächstes Jahr. Ja, wie ihr sicherlich aus dem Ganzen auch schon raushören könnt, was Marian gerade gesagt hat, wir wollen einfach ein deutlich klareres und verallgemeinertes Design-Konzept haben. Wir wollen uns wirklich Mühe geben, dass das Ganze besser und mehr ineinander übergeht, dass man wirklich, wenn man jetzt etwas von uns sieht, direkt merkt, Ah, okay, das hängt mit diesen ganzen anderen Sachen zusammen. Und das einfach, das ist schwer auszudrücken, dichter aneinander rückt und sich einfach nach einem großen gemeinsamen Projekt anfühlt. Und genau da kann man eigentlich dann auch in unser Fazit von diesem ganzen neuen Jahr und auch von diesen zwei Jahren über Tage reinschauen. Denn über Tage ist uns wirklich ganz und gar in Fleisch und Blut übergegangen. Nach zwei Jahren kann man wirklich sagen, wir können uns weder jetzt noch irgendwann eigentlich gerade ein Leben ohne über Tage vorstellen. Es ist und bleibt eins der wirkmächtigsten oder vielleicht sogar das wirkmächtigste politische Projekt, was wir jemals angegangen sind. Und wir sind alles andere als gerade dazu bereit aufzuhören, sondern wir haben gerade mit dem Ganzen erst so richtig angefangen. Leider ist es bei diesen ganzen schönen und positiven Sachen dieser zwei Jahre über Tage auch so, dass man ein paar negative Momente bemerken muss. Mit der Zunahme an Professionalität, die wir gemacht haben und bei manchen Sachen auch mit der großen Erweiterung von Reichweite, ist es bei vielen anderen Punkten auch so, dass wir einfach nicht gemerkt haben, dass es da einen Zuwachs gab. Wir haben ja auch schon unterschiedliche Punkte hier angesprochen und viele andere Punkte, wie beispielsweise Shadowban, sind einfach welche, mit denen man auch als ein politisches Projekt leben muss. Wir kriegen ja auch immer wieder von allen möglichen Seiten, gerade auch aus der anarchistischen Bewegung, Kritik, dass wir so sehr darauf pochen, dass es uns auch um diese Erhöhung der Reichweite gibt. Aber es ist nun mal so, dass wir mit dem Anspruch an dieses Projekt gegangen sind, möglichst vielen Menschen den Anarchismus zugänglich zu machen und ihnen auch über diesen Zugang natürlich eine Vertiefung von anarchistischer Theorie und anarchistischer Praxis zu ermöglichen. Und dafür ist einfach diese Reichweite zentral. Und genau an diesem Punkt, an dieser Arbeit, seid auch ihr gefragt. Denn nur, wenn ihr das Projekt weiterhin unterstützt, ganz einfach, indem ihr es teilt, indem ihr es verbreitet, indem ihr diese ganzen, ganzen Sachen macht, die der Algorithmus der verschiedenen Seiten so sehr liebt, ist es möglich, dass möglichst viele Leute von unseren Inhalten erreicht werden. Denn am Ende des Tages ist es nämlich so, nicht nur wir beide sind über Tage, sondern vor allem mit all dem, was wir mit euch zusammen erreicht haben, ihr seid auch über Tage. Ja, zum Abschluss möchten wir euch noch zwei wundervolle Nachrichten aus mit uns verbündeten Projekten mitteilen, aus zwei Projekten, wo wir selber Teil von sind, wo wir selber extrem viel Herzblut reinstecken. Das erste Projekt dürfte euch bisher bekannt sein, anarchismus.de, eine wundervolle Sache, die aus der Community auch von uns her entstanden ist. Und wir sind da auch total stolz darauf, dass jetzt anarchismus.de ein Jahr alt wird, jetzt eben, guckt mal auf die Seite, mit einem kleinen Design-Update noch aufwartet. Und da ist wirklich was super Tolles geschaffen, wo wir auch diese Kraft, die wir mit der Community, die wir als über Tage und als anarchismus.de jetzt zusammen entwickeln können, auch deutlich wird. Und alles Gute, anarchismus.de an dieser Stelle. Und ein zweites Projekt, was ihr bisher noch nicht gekannt habt, ist ein Projekt, an dem speziell ich an dieser Stelle seit vielen, vielen Jahren jetzt tatsächlich auch schon am Arbeiten bin. Also seit drei Jahren oder so letztendlich oder länger schon fast, ich glaube drei Jahre kommt hin, bin ich mit diesem Projekt beschäftigt und jetzt das letzte Jahr sehr intensiv noch einmal. Und zwar werden wir in Dortmund einen neuen Nachbarschaftsraum eröffnen. Und das trägt auch einfach natürlich nochmal Rechnung von dem, was wir hier immer labern, was wir einfach Tag für Tag hier in diesem Podcast über all diese zwei Jahre jetzt erzählt haben. Wir haben nicht geschlafen selber, sondern wir haben mit unseren Genossinnen zusammen ein wundervolles Projekt entwickelt, wo wir jetzt am 01.01.2023 auch parallel eine Crowdfunding-Kampagne starten, um dieses Projekt finanziell zu unterstützen, damit ihr es finanziell unterstützen könnt. Und da sind wir einfach, ja, da steckt so viel drin von uns, steckt so viel drin, wo wir das, was wir immer gelabert haben, hier auch nochmal konzentrierter verwirklichen können und auch auf einer lokalen Ebene übertragen können. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, was dazu zu geben, spendet gerne. Und vor allen Dingen, bitte, bitte, bitte verbreitet die Crowdfunding-Kampagne weiter, damit das Ganze ein Erfolg wird, damit es sich rumspricht. Und in dem Sinne hoffen wir natürlich auch, euch dann bald dieses Jahr irgendwann begrüßen zu dürfen. Vielleicht ja auch ein toller Ausflug, wenn das Ganze dann besteht, dann mal vorbeizuschauen nach Dortmund. Ein Fantreffen. Ein Fantreffen. Haben wir euch ja auch versprochen, 100 Folgen über Tage werden ja auch auf jeden Fall dieses Jahr dann passieren. Da haben wir auch gesagt, es wird ein Fantreffen geben. Vielleicht dann ja tatsächlich in Dortmund in diesen neuen Räumlichkeiten. Wir werden sehen. In dem Sinne, das war der Überblick. Das könnt ihr erwarten dieses Jahr. Wir schauen hoffnungsvoll voran. Ich hoffe, ihr seid bei uns. Wir sind zusammen. Und in dem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf.